und auch im januar geht natürlich wieder los beliebte selbst liebe challenge und die manifestationschallenge ja heute haben wir ein video also was es geht um kennenlernen dass die frau sich jemand verguckt hat der vergeben ist und was wir hier haben das ist ein problem was ich leider immer nicht zu 100 prozent lösen kann dass ich ja viel content mache zu toxischen beziehungen offensichtlich aber eben auch zu dating allgemein und das hat natürlich also diese beiden blasen haben natürlich keinen hundertprozentigen überschnitt deswegen kann sein dass man mal aus dem thema irgendwas empfiehlt was dann aber vielleicht zu beziehungs oder dating situationen für die dann vielleicht problematisch sind dann muss man halt auf das andere zug wieder aufspringen sozusagen aber ich kann immer wieder raten guckt nicht wo die videos ich sage es wirklich aus grund weil natürlich ist in den kursen das noch mal viel geordneter drin dass ihr wirklich investierter in euch echt schnapper also wirklich günstig finde ich immer noch meine kurse und aber gut müsst ihr wissen aber wir gehen aber mal los hallo christian ich wollte zu deinen videos zurückkommen die du zum thema attraktive menschendaten gemacht hast und ich super fand generell habe ich beschlossen dass es mir ab jetzt egal ist ob männer mich toll finden und bin seitdem viel entspannter da ich bislang bei typen die ich gut fand meistens schüchtern waren zum beispiel weniger geredet habe schnell rot werde habe ich mich trotzdem entschlossen zu üben supergut das weiß ich nicht ob du eventuell ein dating kurze vor gemacht hast aber das wäre könnte eine empfehlung daraus sein und irgendwie mal cooler zu sein auch für mich selbst und um mich selbst nicht klein zu machen durch meine veränderte einstellung sind die ängste auch schon sehr weggegangen und ich bin deutlich lockerer du sagst ja in deinen videos ich sollte einfach mal small talk mit leuten üben die man attraktiv findet um insgesamt cooler zu werden ohne dating intentionen ja das habe ich auch bei einem aus der uni jetzt mal gemacht er hat eine freunde und mein ziel war ursprünglich wirklich nicht den anzugraben sondern einfach zu üben und ihn halt als kollegen kennenzulernen na ich hoffe du machst dir da nichts vor es wird vielleicht ich doch gut fand es wenn du jetzt üben willst attraktive menschen anzusprechen und du findest ihn attraktiv und ist das so zufällig also macht euch ich weiß es nicht just saying verarscht euch auch immer nicht selber so das ist immer immer ganz gut aber gut früher wäre ich wohl aus angst unsicher zu werden werden wirken eher ausgewichen bei diesem hat es sich so entwickelt dass er sich jetzt in den meisten kursen immer neben mich setzt mir manchmal etwas zu trinken mitbringt angeboten hat mein kaputtes motorrad zu reparieren mag ich scheinbar auch und mir letztens geschrieben hat wo ich denn sei als ich nicht da war ja gut das muss man echt aufpassen ich weiß ja nicht wie du jetzt zu meinen kursen gekommen ist zu meiner arbeit falls du so zu pluspoligkeit nikes muss natürlich immer aufpassen dass man diese maschine da oben die man schon denkt oh er hat mich gefragt und er macht dies also schließt nichts geht nicht in diesen fantasie modus rein immer fakten basiert bleiben fakten 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 und eins der wichtigsten fakten ist ja er hat eine freundin gel weil ich vermute weil er mir ersatzteile mitgebracht hatte außerdem waren wir mehrmals nach kursen längere zeit gequatscht einmal eher oberflächlich einmal schon länger und etwas persönlicher gut ich sage jetzt mal so ihr seid in der uni seid in den zwanzigern mein gott seid ihr gegönnt also und wenn sich da mal irgendwas ändern sollte und er vielleicht plötzlich nicht mehr in der beziehung ist ich rate immer nur ab von dreiecken aber ja dass du jetzt mal das feld analysierst was es da so gibt in der uni klar macht doch ja einmal oberflächlich was persönlicher ja er hat einen freundschaftsmove gemacht indem er mich zu sich nach hause zu einer gruppenveranstaltung eingeladen hat zu der ich nicht konnte was hatten da seine freundin gemacht just saying okay jetzt hat sich das problem entwickelt dass ich ihn ja tatsächlich attraktiv finde ihm das aber nicht sage weil er in einer beziehung steckt und ich das auch nicht sinnvoll finde wenn die andere person keine andeutigen anzeichen macht wenn ich mich alternativ aber zurückziehen will muss ich schon relativ offensichtlich wegsetzen und gespräche auf einmal vermeiden und das wäre natürlich auch irgendwo strange gut ja ich finde die situation nicht angemessen klartext zu reden weil ich nicht mal weiß ob ich jetzt verliebt bin oder einfach nur aufregend interessant finde und es genieße dass wir ähnliche standpunkte haben auf jeden fall habe ich aber den eindruck dass es jetzt seltsam wird mit ihm in kontakt weil ich anfange zu viel nachzudenken ja das grübeln geht weiter trotz ablenkung anderen aktivitäten ja jetzt kommen wir wieder also quasi von den das ist was ich meinte von diesen dating themen ja üblich im small talk und so kommen wir jetzt wieder eigentlich zu diesen klassischen liebeschiff themen wo ich jetzt auch mal sagen würde man sollte gerade wenn man sein liebeschiff versuchte reparieren ich weiß nicht was machst sollte man so unklare beziehungssituationen meiden und da bist du natürlich jetzt reingerutscht ich würde es aber reingerutscht ist schon wieder so passiv weil du wirst die da auch schon vorher attraktiv davon haben also so passiv ist es ja nun auch nicht aber gut ist jetzt so wie es ist und tatsächlich sage ich würde immer sagen man sollte solche situationen vermeiden weil eben um dann nicht wieder so liebesüchtig zu werden und was weiß ich und ich denke ja dann warum nicht sag ihm das sagt willst du jetzt dich von ihm entziehen und er weiß gar nicht was los ist ist doch menschlich ich meine gott ihr seid in der uni man jetzt keiner hat zehn kinder und natürlich ist noch mal keine dreiecke bilden aber du kannst doch sagen du kannst ehrlich ich weiß nicht ich habe ein bisschen verguckt in dich weiß ich nicht weil selbst wenn du sagst ich bin nicht verliebt aber aber du hast auch so viele gefühle dass dich stört irgendwie und dass du dann sagst du ich merke einfach tut mir so nicht gut irgendwie ich fange da an so ein bisschen rumzudrehen kann man doch ganz ehrlich ansprechen finde ich auch mutig würde ich auch mutig für fange da an schon so ein bisschen mir gedanken darüber zu machen über dich und das ist irgendwie nicht gut du hast eine freundin und vielleicht fahre ich da mal einen tacken runter so jetzt und mache vielleicht mal ist jetzt nichts gegen dich aber vielleicht muss ich mich da mal ein bisschen distanzieren fair enough und dann wirst du sehen wie er damit umgeht aber lass dich nicht in drei reinziehen in diesem sinne wir sehen uns bald wieder tschau ihr lieben